Ich bringe meine Trollers ab jetzt auch mal mit nach Hause. Machst du doch eh ständig. Ja, zum Vögeln, aber morgens sind sie dann wieder weg. Das haben wir doch bisher immer so gemacht. Mit Chris ist es halt was anderes. He kills with a kiss. Ein Riesenapplaus für Lilly! Was dich so ärgert, ist, dass ich ihn im Griff habe. Das hat noch keiner geschafft. Weißt du, warum ich dich so gern zum Lachen bringe? Nee, warum? Weil deine Möpse dann immer so lustig rumhüpfen. Ein Bruder, der könnte eine eigene Fernsehshow haben. Das wäre ein richtiger Megahit. Ja, nur leider sehe ich diese Show schon seit über 30 Jahren. Und schon mal gelangweilt? Ich könnte jetzt die Abwechslung durchaus mal umschalten. Wir denken wirklich, dass wir alle Idioten sind. Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Dass du dich wieder mit deinem Bruder verträgst. Morgen bin ich weg. Ja, je früher, desto besser. Das ist doch irgendwie blöd, dass ich immer mehr Kerzen werden, wie ein älter Mann wird. Was? Was? Was?